Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab März 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 32 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 650 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.